Hi ihr Lieben, hier ist Natalia Avelon und wie man sieht, war ich gerade bei Jens zu Gast beim Mitternacht-Talk und wir haben gesprochen über Autos, über Musik, über Udo Lindenberg, über die aktuelle Ausgabe von Playboy und vieles, vieles mehr. Schaltet ein. Der BB-Radio Mitternacht-Talk mit Jens Herrmann, täglich von 0 bis 2 Uhr. Promis mal anders, mit Geschichten, die ihr so noch nicht gehört habt. So, ich freue mich über meinen heutigen Gast. Natalia Avelon ist bei mir. Wir haben vor vier Jahren das letzte Mal gesprochen, als ihr Album erschient. Jetzt gibt es wieder diverse Anlässe hier bei uns ein bisschen zu quatschen. Art 1 zum Beispiel, sie ist im aktuellen Playboy. Art 2, sie hat musikalische neue Projekte und Art 3, wir haben ein bisschen was aufzuarbeiten in der Natalia Avelon Story. Auf jeden Fall. Hallo, schön hier zu sein. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Es ist ein sehr schöner Tag, weil dieses Studio gleich 100% an Attraktivität gewinnt, wenn du da bist. Dankeschön. Jetzt werde ich rot, sieht man das. Ja, danke. Man hört es nicht für alle, die uns nur zuhören. Sehen kann man das Ganze. Man kann immer auch, neuerdings ja auch verfolgen, was wir so machen. Denn wir haben das Ganze auch mitgefilmt und dann kann man sich das anschauen auf den verschiedenen zur Verfügung stehenden Kanälen. Und dann sollten wir vielleicht am Anfang gleich mal den Playboy einmal ins Bild halten. Auf jeden Fall, bitte. Das ist jetzt blöd für die Leute, die uns nur hören. Alle anderen haben es jetzt kurz gesehen. Leute, man kann dieses Journal übrigens auch kaufen. Aber wir haben eine Menge zu erzählen. Mensch, 2017 war es das letzte Mal hier. Genau. Als dein Albummaschinen. Genau. Love Kills, mein Debütalbum damals. Ja, immer noch glücklich über das Album. Das war wie das erste Kind, das ich nicht habe, im wahren Leben sozusagen. Alles gut, viel dazugelernt. Man lernt ja immer, ne? Beim ersten Mal lernt man einfach alles. Insofern, ja. Wir fangen einfach vorne am Anfang an, ja? Du kommst ja ursprünglich aus Polen. Ja. Und bist im zarten Alter, glaube ich, von neun oder so nach Deutschland umgezogen. Genau. Kurz vor dem Mauerfall sind wir nach Berlin gekommen, nach Kreuzberg. Mit meinen Eltern haben da Asyl beantragt in Deutschland. Wurden dann nach Baden-Württemberg versetzt in ein Lager. Lager hat man dazu noch gesagt damals, darf man heute glaube ich gar nicht mehr sagen. Meine Mutter wollte da nicht bleiben, weil das war wirklich so eine Lagerhalle mit Hunderten, Tausenden von Menschen mit Doppelbetten, Dreifachbetten aus Metall. Und dann hast du deine Bettwäsche in die Hand gedrückt bekommen. Und dann hatten wir Glück, weil ne, mein Gott, wie nennt man das? Vom kleinen Ort der Vorsitz, Vorstand. Bürgermeister. Danke. Lieber Himmel. Die Bürgermeisterin von einem kleinen Örtchen namens Schöllbronn in Baden-Württemberg hat uns dann nochmal versetzt, eben in dieses kleine 4000-Mann-Dörfchen und da haben wir in einem ehemaligen Kindergarten gehaust mit 1, 2, 3, 4, 5, nee, das waren drei Familien und dann noch ein paar Alkis, Schläger und Rüpel. Ja, das war immer so ein bisschen, das waren Intellektuelle, also Ärzte, Anwälte, die Familien aus Rumänien, aus Polen und wir waren da und dann eben noch so ein paar Jungs, die randaliert haben, das war nicht so nett. Traumatische Erlebnisse damals? Also traumatisch nicht, weil die waren tagsüber super nett, die Jungs und dann haben sie gesoffen und dann ist es immer ausgeartet und die Türen eingeschlagen, aber nie die Gewalt gegen uns, sondern gegenseitig halt geprügelt und geflucht. Und klar hat man nachts dann Angst gehabt, Türen zugemacht und man wusste ja nie, wie es weitergeht, aber die waren, die haben sich, also die haben das immer unter sich ausgetragen. Ansonsten, als Kind ist es für dich, für einen immer wie ein Riesenspielplatz, so eine Reise, so eine Auswanderung, neue Freunde, neue Menschen. Das ist natürlich aufregend, weil du musst dich ja neu integrieren, du willst nicht negativ auffallen. Ich habe ja die Sprache nicht gesprochen, ich musste die Sprache erlernen. Das Gute war, dass ich direkt in die Grundschule wie ins kalte Wasser geworfen wurde und die Kinder und die Lehrer haben mir sehr geholfen, haben mich sehr unterstützt und ich war so ein Exot. Gut, man muss sagen, so Anfang der 90er wurde dann Ausländerfeindlichkeit, Ausländerhass ein Thema. Es gab viele Anschläge auf Asylanten, Häuser und so weiter, aber wir hatten Glück in diesen Dörfchen, weil wir wirklich so als Exoten aufgenommen wurden, an denen man interessiert war, an einer anderen Kultur, am anderen Land. Und sprachen denn deine Eltern damals schon ein bisschen Deutsch oder musstet ihr das als Familie komplett lernen? Als Familie komplett lernen, ja. Da war es für dich natürlich am einfachsten, weil Kinder lernen ja schnell, ne? Genau, spielerisch. Spielerisch. Man spielt und mein erster Satz war, ich nix verstehen, jeder hat auf mich eingequatscht in der Schule, da war ich ein bisschen eingeschüchtert, aber dann ging das, glaube ich, innerhalb von sechs Monaten, habe ich es drauf gehabt, innerhalb eines Jahres perfekt, also akzentfrei gesprochen dann. Und ja, als Kind, so wie du sagst, ich habe mit all die Prospekten, mit der Bürgermeisterin tatsächlich auch die Sprache gelernt, habe Blumenkohl und Gurke ausgeschnitten und dann drunter geschrieben, was es ist und so, ne? Schritt für Schritt, also es war wunderbar. Wir wurden wirklich super, super herzlich aufgenommen. Wie lange hat es gedauert, bis ihr dieses Heim dort verlassen durftet, bis ihr eine eigene Wohnung hattet? 89, ich glaube 92 oder 93 sind wir dann in eine, in Anführungsstrichen, normale Wohnung umgezogen. Man war skeptisch natürlich trotzdem uns gegenüber, also nicht jeder wollte uns eine Wohnung zur Verfügung stellen, aber ja, also da, wo wir dann gewohnt haben, da leben meine Eltern tatsächlich bis heute noch. Und die Mädels sind wirklich meine besten Freundinnen, wir kennen uns eben seit wir zwölf sind und wir sind eine Familie geworden und auch das Dorf, also mittlerweile, ne? Ich bin ja auch jetzt, jeder ist stolz auf mich im Dörfchen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist schon, das ist lustig, wie, 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 wie das Leben so spielt, ne? Wie die Zeiten sich verändern und wie das eben von ganz unten nach ganz oben wieder runter und hoch gehen kann. Sag niemals nie, sag ich nur. Mittlerweile berühmte Schauspielerin, berühmte Musikerin, äh, berühmtes Fotomodell, also es ist eine gigantische Karriere, die wir natürlich jetzt mal auftröseln wollen. Du bist dort damals angekommen und hattest dann irgendwann Anfang der 90er Jahre ein relativ normales Leben. Das heißt, ihr wurdet integriert in diese ganze Geschichte, obwohl ich das so gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Du siehst, was passiert ist in den letzten Jahren, weil ich meine, wir als Region Berlin-Brandenburg, wir sind ja neben Polen, ja? Wir haben ganz viele polnische Arbeitskräfte überall, Polen sind im Gesundheitswesen, in der Gastronomie unterwegs. Also für mich ist das völlig normal, dass wir einen Haufen polnische Leute in unserem Umfeld haben, ne? Ja, aber damals, ich meine, Baden-Württemberg ist ein bisschen weiter weg von Polen, von der Grenze, da gab es eben in dem Ort, gab es, glaube ich, zwei Ausländer. Ich glaube, eine Familie kam aus Griechenland, die führen bis heute das Lokal. Das Restaurant. Genau, wirklich, ja, der Grieche, der super lecker und bis heute noch, ne, 100 Jahre später. Und wir eben und, oder die Familien noch in diesem Häuschen, in dem wir gewohnt haben. Heute ist alles sowieso sehr multikulti geworden auf der Welt, ja? Also Deutschland hat sich ja auch stark verändert, aber 90er Jahre, da, 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 da waren Ausländer, also Ausländer war ein Begriff, der stark negativ behaftet war und auch die Menschen, die Ausländer gesagt haben, wurden dann gleich natürlich als Rechts- oder Nazis abgestempelt. Also das hat sich heute sehr stark verändert. Ich meine, da liegen jetzt wie viele, 30 Jahre dazwischen, ne? Das ist ein Stück Zeit. Das ist eine Menge. Heute sagt man, da ist eine Kollegin, die war früher mal in Polen gewohnt oder da ist jemand, der kommt aus der Türkei. Ja, 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 ja. So ist das, ja? Ja, heute ist es so, das Örtchen, oder das Örtchen, der Ort, in dem meine Großeltern gelebt haben, da baut jetzt, ich glaube, da baut Pepsinwerk. Mercedes-Benz hat da was gebaut. Also das vermischt sich sehr. Gute Gegend. Gute Gegend, ja. Infrastruktur und alles, also Immobilienpreise steigen. Ich habe das letzte Jahr in Warschau verbracht, da sind die Immobilienpreise, also da ist ja Berlin, ist ja dann Schnäppchen dagegen, ne? Das müssen wir nachher mal auseinandernehmen, weil Warschau, ich habe ja mal gesehen, es läuft ja, ich verfolge dich ja natürlich in den sozialen Netzwerken, ich oute mich mal an der Stelle, ne? Ich gucke immer, was so los ist und denke ich, na guck, jetzt ist sie wieder im polnischen Fernsehen unterwegs, macht da polnische Shows, singt irgendwelche Lieder in Verkleidung und so, da kommen wir nachher in aller Ruhe hin. Ich komme nochmal zurück auf Anfang der 90er Jahre, du hast auch eine sportliche Karriere hingelegt beim K2-ASC. Beim guten KSC unter Winnie Schäfer noch, also ich habe nicht Fußball gespielt, sondern war Leichtathletin, aber Winfried Schäfer war damals Trainer, da war Oliver Kahn noch bei uns, da war Thorsten Fink, schon dann die, die haben gespielt und ich war eben Leichtathletin. Und wir haben im Stadion, im Waldparkstadion, Wildpark, mein Gott, Wildparkstadion, genau, sorry, Karlsruhe, oh Gott, lange her, trainiert bis 2000, bis ich dann Abitur gemacht habe und weggezogen bin, aber das war super, also da habe ich wirklich sehr viel Zusammenhalt gelernt, soziales Engagement, Courage, so das war, Sport ist echt wichtig für eine Entwicklung von Teenagern und Kindern, finde ich. Absolut, ich war früher auch Leistungssportler, insofern, ja, ich war tatsächlich immer Gewichtheber früher, 11 Jahre habe ich das gemacht, lange Zeit und da lernt man natürlich eine ganze Menge, Disziplin, Ordnung, Respekt vor dem Alter, ordentlich in den Verband ein, Arbeiter als Team, solche Sachen, wichtig. Unser, unser Trainer, der war lustig, weil nach dem Wochenende, Training, montags, dann hat er gesagt, so, komm mal alle her, guck mir mal in die Augen, ganz tief. Wir Mädels alle total eingeschüchtert, also ihr wisst ja, man sieht es an den Augen, wenn man getrunken und geraucht hat am Wochenende. Und wir haben das geglaubt, ne, dass die Pupillen sich verändern oder weiß Gott und alle so, oh Hilfe. War lustig. Wann hast du rausgefunden, dass das nicht stimmt? Bis heute auch nicht. Ja, meine Eltern, du, meine Eltern haben früher auch, natürlich hat man als Teenager geraucht, getrunken, dann hat man, wir haben dann rausgefunden, dass wenn man Milch trinkt danach, dann riecht man das nicht. Dann haben wir, ich habe immer mit Pflastern geraucht, weil das hast du dann auch nicht gerochen, weil ich musste nach Hause kommen. Meine Eltern haben gesagt, komm mal her, Hände, Anhauchen, war nix, ne? Also Pflaster und Milch, sag ich nur. Man wusste sich zu helfen. Tja, was ist von der Leichtathletik geblieben? Alles, du bist noch leicht und athletisch bist du auch noch. Leicht und athletisch, stimmt. Mein Gewicht hat sich seit dem 18. Lebensjahr bei mir nicht verändert, tatsächlich. Ja, du warst schon immer leicht. Ich war immer leicht, ja. Aber nicht leichtgläubig. Nein. Aber leicht athletisch. Leicht athletisch, ja. Ja, 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 sportlich. Ich glaube, das bleibt, das weißt du auch, in den Gehen. Der Körper merkt sich das. Also ich glaube, uns fällt es nicht schwer, einfach wieder zu trainieren, anzufangen. Muskelgedächtnis ist da. Muskelgedächtnis ist da, die bauen sich schnell wieder auf und ich finde, man braucht das auch. Ich glaube, es gibt Sportler, die machen dann gar keinen Sport mehr nach so einer Leistungssportkarriere. Meine Karriere war jetzt, ich war jetzt keine Weltmeisterin, ich habe bei Wettkämpfen mitgemacht. Aber ohne Sport fühle ich mich nicht gut. Ich brauche das für meine Gesundheit, für mein Herz, für Fotoshootings, für die Fitness. Warst du damals eigentlich schon als Foto-Model, als Modell, als Model unterwegs? Ging das schon los in dem Alter? Ich habe mit, tatsächlich mit, also das schönste Erlebnis war, dass mich mit zwölf Jahren eigentlich Gunter Sachs, der Ex-Mann von Brigitte Bardot, der Künstler, der Lebemann, den man kennt aus den 60ern, 70ern. Der hat mich entdeckt sozusagen, der hat für ein Kunstprojekt Jugendliche oder Kinder gesucht und meine Mutter hat da Fotos hingeschickt, weil ich, als kleines Mädchen willst du Model sein, willst du bei Wendy, bei diesen ganzen Pferdezeitschriften, bei Bravo Girl, wo auch immer ich mich beworben habe. Und dann hat der Fotos von mir gemacht, in der Nähe von München, in seinem Studio. Ein Gentleman, also ich bin so froh, dass ich den kennengelernt habe. Der war später bei der Premiere von Das wilde Leben tatsächlich Gast. Aha. Aber ich war so gehypt, also im Sinne von so drüber, was Aufregung angeht und so ein Blackout gehabt, dass ich gar nicht mitbekommen habe, dass er da war. Leider nicht mehr mit ihm gesprochen, bevor er sich das Leben leider genommen hat. Schade. Sehr schade, war wirklich ein ganz toller Mensch. So und dann habe ich angefangen zu modeln und dann habe ich relativ schnell gemerkt, dass es mich persönlich langweilt, dass es einfach keine Substanz hat, keine Herausforderung ist für mich. Außer körperlich, klar, man muss immer gut aussehen und die Posen, das ist wie Yoga und so, das strengt auch an. Aber ich brauche anderen Input, also intellektuellen Input, künstlerische, ich muss mich künstlerisch austoben. Deswegen ging es dann in die Richtung Schauspielung und Musik. Nach dem Abi ging es sofort los, aber du hast ja damals schon erste Werbefilme auch gedreht, ne? Werbefilme genau und dann habe ich für die Filmhochschule in Ludwigsburg Filme gedreht und habe Theater gespielt in Karlsruhe, im Amateurtheater, in der Schule Theater gespielt. Im Kindergarten schon, also das hat mich immer interessiert. Und dann habe ich mich an den Schauspielschulen beworben, nach dem Abitur mit 20, bin da in die Endrunde gekommen. Ich wollte aber nur nach München und Berlin, ich wollte eben nicht nach Jena oder Görlitz, Dresden, weiß Gott wohin, oder Österreich. War in der Endrunde, aber kam final dann nicht weiter. Also ich wurde nicht ausgewählt. Wie man sieht, aber trotzdem bin ich hier und existiere als Schauspielerin. Ja gut, sehr schön. Und verdiene und alles. So wie Jürgen Vogel zum Beispiel, ist auch Autodidakt. Also ich lasse mich heutzutage coachen. Ich habe sehr, sehr viele Workshops gemacht und lasse mich privat immer von einem Schauspiellehrer begleiten. Das ist nicht so, dass ich nichts mache. Also ich bin schon ausgebildet, nur privat. Aber das heißt eben nichts im Leben. Viele Wege führen nach Rom, nie aufgeben. Das ist meine Devise immer im Leben. Aber diese Liebe zur Linse sozusagen, zur Kamera, das war schon immer da. Du hast immer schon gern gepostet vor Kameras, beziehungsweise irgendwas gespielt und so. Das war von Hause aus irgendwie in dir. Ja, das kann ich dir gar nicht erklären. Ich glaube, bei mir geht es jetzt nicht um einen Exhibitionismus, sondern bei mir geht es, glaube ich, darum eher, dass ich es liebe, Menschen zu unterhalten. Ich war früher gerne so ein Kasperler, wie man so schön sagt, in Baden-Württemberg. Ich habe einfach, ich lache gerne, ich habe so viel Energie, die muss raus und wenn man sie teilt, umso schöner. Und wahrscheinlich ist es immer so, die Sehnsucht danach geliebt zu werden. Und das ist vielleicht etwas, da muss irgendwas gefüllt werden, was in uns Künstlern fehlt. Wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, kann das nicht erklären. Ich glaube, man wird als Künstler geboren, tatsächlich. Das verbindet uns. Also der Wunsch danach, geliebt zu werden, das haben wir alle in uns. Leute zu unterhalten, das haben wir auch beide in uns. Und Künstler, bist du auch. Und Sportler. Genau. Ich bin nicht so musikalisch wie du. Ich habe bedeutend weniger Filme gespielt, aber dafür habe ich bedeutend mehr Radiosendungen moderiert als du. So, und kann alles noch kommen. Ich glaube nicht, der Zug ist abgefahren, ja. Irgendwann sagt man ja, du bist ja aus der Zeit, wo du vielleicht beim Fernsehen arbeiten könntest, raus. Ach. Geh mal zum Radio, oder hast du? Heutzutage hat sich das... Radio-Gesicht geht... Heutzutage ist das Alter doch irrelevant, oder? Findest du nicht? Weiß ich nicht genau. Finde ich schon. Also viele der Menschen, die jetzt regelmäßig auf der Mattscheibe zu sehen sind, sind tatsächlich schon in meinem Alter, wo ich immer denke, gucke an. Das sind nicht mehr so die 20-Jährigen. Das war eine Phase vor zehn Jahren, glaube ich. In der Unterhaltungsbranche waren so die 18, 20-Jährigen, die waren es und alles drüber war schon alt. Heute ist es so, das hat sich Gott sei Dank verändert, auch mit der Wahrnehmung von Ästhetik wahrscheinlich auch. Die Körperlichkeit hat sich verändert. Auch durchs Internet wahrscheinlich. Die Möglichkeit ist ja für alle da, einen YouTube-Kanal zu starten, bei TikTok mitzumachen. Du kannst ja heutzutage, wie Andy Warhol früher sagte, 15 Minuten Ruhm hat heutzutage jeder. Definitiv. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber als ich klein war, da waren alte Leute, also schon die, die 40 waren. Aus meiner Sicht, die sahen auch schon alle so alt aus. Heutzutage hat sich das ja deutlich verändert. Also siehst du 60 Jahre, wo du sagst, hä, wie alt ist der, 40? Die Leute sind fit, die halten sich fit, die kleiden sich gut, die sehen anders aus als unsere Großeltern früher. Ich weiß nicht, wie das früher bei euch war oder wie du das siehst. Genau so. Wobei meine Mama mit 40, ich glaube so bei der Generation meiner Eltern war das noch so, geht so, aber das stimmt schon. Früher sahen die Leute, ich meine, guck dir mal die Fußballer an, WM 94, wann war denn das? 94 hatten wir keine WM. 98? Lass mich überlegen. Mit hier, mit Scholl und Co. 286, 90, 94, doch 94. 94, ne? Ja, 94, genau. Die sahen, die Jungs waren doch alle Mitte 20, die sahen aus wie 50. Ja, die sahen älter aus, das stimmt. Ja wirklich, also Olli kann auch, die sahen alle schon immer so aus wie heute, ne? Das ist abgewandt. Ich weiß nicht, ich bilde mir ein, also ich bilde mir sowieso ein, dass, wir kaufen ja Cremchen und Cremes für tausende von Euro, lassen uns Gold und Diamanten andrehen. Ja, man kann es unterstützen, aber für mich ist das Bullshit von innen, ne? Wir haben über das Trinken gesprochen, viel Wasser trinken ist das eine. Sich gut zu ernähren einfach, wirklich viele Vitamine an die frische Luft zu gehen, sich zu bewegen. Mein Opa ist mit 94 verstorben, der war, er hatte einen geraden Rücken bis zu seinem Tod. Sehr gut. Der war leider Altersdement, ja, aber sein ganzes Leben, Fahrrad gefahren, nie Fahrstuhl gefahren, sondern immer Treppen gelaufen, immer zu Fuß unterwegs gewesen, im Garten, im Schrebergarten gearbeitet, an der frischen Luft, das ist es. Siehst du, das ist das Geheimnis. Man guckt dir Madonna an, die ist ja Multimillionärin und auch nach dem fünften Mal liften sieht die einfach… Top aus. Naja, eben finde ich nicht top aus, ne? Also wenn du hinguckst, sieht aus bei den Instagram Fotos, als ob sie 20 ist, mit den 60 Filtern drüber. In echt möchte man sie nicht sehen. Nee, aber das macht natürlich auch alles älter, finde ich. Aber wie gesagt, ich finde der Lebensstil, ne? Also alles, was von innen kommt und natürlich Lebensfreude. Lachen, 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 das hält einfach jung. Ich bin ja großer Fan der Musik von Madonna, aber ich bin ihr mittlerweile entfolgt bei Instagram, weil ich die letzten Postings, die ich von ihr gesehen habe, habe ich gedacht, also man muss mit 60 nicht aussehen wie 18. Ja. Mittlerweile hat sie, glaube ich, vergessen, wer sie ist. Ich weiß nicht, worum es da geht. Vor allem, weißt du, alles ist erlaubt, finde ich, ja? Und zum Beispiel Frauen, die nach der dritten Schwangerschaft sagen, ich lasse meine Brüste operieren, weil es ist nicht mehr ästhetisch, ja? Da hat uns die Natur wirklich bestraft, ja? Wirklich. Mit diversen Dingen, uns Frauen, sage ich jetzt mal. Aber wenn man vorm Spiegel steht und man hat ein Gesicht wie ein Tiger oder ein Löwe und es ist aufgepumpt und ist das dann eine Sucht oder was ist das? Das sehen, dass die Menschen, das sieht nicht mehr schön aus. Das macht auch alt einfach. Wenn die Lippe dann irgendwann so groß ist, macht das einfach alt und verbraucht. Also fassen wir mal zusammen, bitte, wenn es geht, in Würde altern. Wichtig, wichtig, wichtig. Eigentlich bin ich 56. Nein, ist sie nicht. Du bist 41 und siehst aber deutlich jünger aus, wie ich finde. Das ist auch gut. Danke. Wir kommen nochmal zurück auf deine Großeltern, weil ich glaube, deine Oma spielt in deinem Leben eine ganz wichtige Rolle, weil sie war früher, wollte gerne das machen, was du machst. Leute unterhalten, Schauspiel und ähnliches. Genau. Und du konntest als Erste in der Familie genau diesen Weg gehen. Ich habe gesagt, ich habe für mich die Macht der Gedanken. Ich habe gesagt, ich werde die erste Millionärin in der Familie. Noch bin ich es nicht. Noch ein kleiner Schritt. Ich übertreibe natürlich. Aber wir verdienen ja als Schauspieler überhaupt gar nichts in Deutschland. Ich habe mich wirklich realisiert, ich habe mich, das Wort, was man nicht so mag, aber selbst verwirklicht als erste Frau unseres Stammbaumes sozusagen. Meine Oma wollte in die, zur Folkloregesangsgruppe, Folklorechor, Warschauer Folklorechor, Masowsche heißt das auf Polnisch. Meine Urgroßmutter hat gesagt, nur Huren gehen in die Unterhaltungsbranche. Also wortwörtlich. Was für ein Schwachsinn. Ja, aber das war so. Ja, das war die Zeit damals. Das war die Zeit. Ich meine, Marlene Dietrich und Kone, die waren ja wirklich die Flittchen schlechthin der Nation für die Menschen. War so. Natürlich Quatsch. Meine Oma wollte auch in die Politik, sollte Abgeordnete werden. Fand mein Opa halt nicht so gut. Der Mann hatte halt noch viel zu sagen. Mein Opa, ich habe meinen Opa über alles geliebt bis heute. Sind beide verstorben. Meine Oma hatte drei Kinder, musste arbeiten gehen in der Fabrik. Mein Opa war der erste Rettungssanitäter in der Stadt, war quasi Pionier. Haben beide gearbeitet. Die Kids, ich weiß gar nicht, wie die sich selbst versorgt haben, ehrlich gesagt. Schule und dann muss ich mal meine Mutter fragen, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Insofern blieb dafür Kunst und Späßchen wenig Zeit. Aber meine Oma war sehr, sehr, sehr talentiert. Meine Oma ist eine wunderschöne Frau. Meine Mama auch. Also wirklich, das waren wirklich schöne Frauen. Attraktivität liegt in der Familie. Vielen Dank, aber die waren, also man hat ja immer so selbst eine Einschätzung, aber die waren wirklich schön und die waren auch tausendmal talentierter als ich beide. Aber haben den Schritt nicht gewagt, was daraus zu machen. Meine Mama genauso, die hat mich bekommen, die war mit meinem biologischen Vater zusammen und dem hat es auch nicht gefallen. Der wollte nicht, dass meine Mutter studiert. Waren einfach noch andere Zeiten, vor allem auch in Polen, in dieser katholischen Gesellschaft, die stark von der Kirche bis heute geführt wird. Ja, da wollte ich immer ausbrechen. Dann habe ich gesagt, oh Gott, ich werde keine Hausfrau mit fünf Kindern. Mein größter Respekt. Also jede Frau, die Hausfrau ist, die respektiere ich. Das ist ein Job, ein Fulltime-Job. Aber ich fühle mich eingesperrt einfach, nur zu Hause zu leben. Ja, das ist ein harter Job, Familienmanagement. Also wenn man eine Familie mit mehreren Kindern schmeißt und alles andere gut im Griff hat dabei, das ist eigentlich ein Job, der auch bezahlt werden müsste. Finde ich auch. Und die Hausfrauen bekommen kein Geld dafür, das ist irgendwie fies. Das ist fies, finde ich. Und heutzutage meine Freundin, also versteht mich wirklich nicht falsch, als Hausfrau, man hatte ja früher immer, deswegen meine ich, als früher galt eine Hausfrau, die hat gekocht, geputzt und hat nicht gearbeitet und die war das Liebchen, die liebe Frau zu Hause. Das meine ich damit. Also ich will das überhaupt nicht schlecht reden. Meine Freundinnen heute sind Hausfrau im Sinne von, die schmeißen den Haushalt. Die haben zwei Kinder, die haben den Mann, den sie noch versorgen, weil der auch arbeitet. Und gehen arbeiten. So, natürlich hat man heutzutage vielleicht eine Nanny oder eine Putzhilfe. Das Leben ist einfacher geworden, aber heutzutage ist jeder Multitasking. Ich meine, Männer sind heutzutage auch Hausmänner und Papas und bleiben zu Hause. Superschön, also die Entwicklung der Gleichberechtigung, zumindest im Haushalt. Also wirtschaftlich oder beruflich sind wir noch nicht so weit. Thema Frauenquote etc., aber wir sind schon auf einem guten Weg. Wir sind auf einem guten Weg, das entwickelt sich. Und auch wir Männer haben mittlerweile gelernt, dass wir natürlich einige Funktionen im Haushalt übernehmen müssen. Das ist wichtig, weil es sonst nicht funktionieren kann, das Gesamtkonstrukt von mir. Nein, nein. So, 2002 war es, glaube ich, da haben wir das erste Mal gesehen bei der School is Money 2, in der Extra Large Version sozusagen. Genau, genau, genau. Da habe ich die junge Uschi gespielt. Mit Bulli Herbig. Mit Bulli Herbig. Bulli Herbig hat mich eigentlich fürs Kino entdeckt. Dafür werde ich immer dankbar sein. War neulich, 92? 2002. Quatsch, 92, 2002, da war ich 22, genau. Da hat er mich gecastet, eigentlich für eine andere Rolle. Und fand das Casting aber so lustig, was ich da wohl gespielt habe, mit Rita Serraroll, die das gecastet hat damals. Auch danke, liebe Rita. Da haben die gesagt, weißt du was, für die Rolle, das wird nix, da bist du zu jung. Aber du spielst die junge Uschi, die junge Marie Bäumer quasi, die hat ja später, also die war ja die erwachsene Uschi. Waren die besten Dreharbeiten neben das wilde Leben überhaupt. Bulli ist so ein toller, lustiger Mensch und Gentleman und Komiker und Schauspieler. Das war eine tolle Erfahrung, wirklich. Und da haben dich die Leute gesehen und gesagt, das ist die Frau, die später mal die Uschi Obermeier spielen wird in das wilde Leben. Und das war fünf Jahre später, 2007 ging das los. Und das war für dich quasi auch so ein Katapultschuss in den Orbit der Stars. Man sagt ja immer so gerne über Nacht. Über Nacht war ja gar nichts, weil ich habe ja so hart gearbeitet bis dahin. Einer meiner ersten Drehs war so eine Gerichtshow, wie hieß die denn damals? Ich weiß gar nicht, so die erste Gerichtshow. Barbara Saalisch. Noch davor, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Streit um drei war das, glaube ich. Okay, kenne ich nicht. Ja, das war, und da habe ich noch wirklich, meine Freunde aus Baden-Württemberg haben gesagt, ja, also du hörst ja schon richtig, dein Akzent hört man immer noch, dein Dialekt. Ich sage, scheiße, muss ich noch, entschuldigen. Verdammt, ich muss noch weiter an meinem Hochdeutsch arbeiten. Das war für mich ein Highlight oder verbotene Liebe. Ja, daran kann ich mich erinnern. Marienhof, das waren so, meinetwegen sieben Drehtage, das war so viel Geld. Und dann habe ich es verprasselt in München. Weg damit. Also wirklich Freunde eingeladen, gefeiert, Party, gegessen. Jugendlicher Wahnsinn halt, ne? Aber ich habe wirklich sehr viel gearbeitet bis dahin. Und dann kam das Casting für das wille Leben und dann nahm das alles an. Das Schicksal seinen Lauf. Da begann die große Karriere von Natalia Avalon. Der Name Avalon, das ist, glaube ich, nach einem französischen Fluss, hast du dir deinen Künstlernamen ausgesucht. Das höre ich in letzter Zeit wirklich immer. Stimmt das oder wo kam es her? Ich wusste gar nicht, dass es einen französischen Fluss gibt, aber es ist schön. Es gibt die Nebel von Avalon, es gibt Avalon. Die Jungfrau von Avalon. Ach nee, das war anders, ne? Ja, die Jungfrau von Avalon. Das ist schön, die Jungfrau von Avalon. Das hätte ich auf dem Playboy schreiben müssen. Das wäre lustig gewesen. So ein kleiner Freundschaft, weil ich spreche ja zwischendurch. Ab und zu sind die Schnapsen schon wieder ein Stück weiter. Da guckt man seinem Gehirn nach und denkt, hä? Jetzt bin ich auf dem falschen Weg abgebogen, ich komme mal wieder zurück. Egal. So, Rewind. Das ist ein erfundener Name im Prinzip. Weil du heißt Sivek. Ich heiße Sivek, als Badaric geboren, als Sivek adoptiert. Sivek heißt es, ja. Genau, von meinem Papa. Aber es gibt noch hier den schönen Song, den liebe ich sehr, von Brian Ferry. Roxy Music. Slave to Love. Avalon. Ach so, genau, Avalon. Gibt es ja auch noch. Aber es gab so einen B-Movie-Trash-Film über Queenie Avalon. Ein kleines Mädchen, das sich zum Superstar gearbeitet hat. Und ich habe den Film irgendwann gesehen und dachte so, Avalon, Avalon. Und dann kam irgendwann Avalon mit einem befreudenden Regisseur von mir, der auch verstorben ist, leider mittlerweile. Haben wir das irgendwie für uns so. Und das ist dann geblieben. Das klingt doch ganz toll. Ja, aber weißt du, das ist so metaphorisch für mich im Sinne von, ich bin in Polen geboren. Ich lebe in Deutschland. Wer bin ich jetzt? Bin ich Polin oder bin ich Deutsche? Die ewige Frage, ja. Wie fühlst du dich? Wer bist du? Dann bin ich aus Badaric geboren, als Sivek adoptiert. Avalon ist mein Künstlername. Wenn ich heirate, heiße ich noch Müller oder wie auch immer. Ich sitze so immer zwischen den Stühlen irgendwie. Ich bin wie so ein bunter Hund, wie so ein Mischling. Sagst du einfach, du bist Europäerin und Weltenbürgerin. Mensch bist du sowieso. Das ist toll. Und 2007, das war so das Jahr für dich, da kam dieser Film raus. Das war ein Kassenschlager in den Kinos. Und du konntest mit Wille Wallo zusammen singen. Und zwar die Filmmusik. Summer Wine war ja eine Neuauflage. Genau, den Titelsong zum Film. Der Titelsong. Das war sehr aufregend. Da hat mich der Regisseur gefragt, ob ich, natürlich habe einen trockenen Mund, muss kurz trinken. Ja, trink mal. Trinke ich auch mal einen Schluck. Wenn wir gerade dabei sind, trinken wir einen Prost. Trink Prost, ihr Lieben. Nein, da ist diesmal kein Wodka drin. Da ist nur Wasser drin. Es ist nur Wasser. Der Regisseur hat gefragt, ob ich Lust hatte, den Titelsong zu singen. Der hat mich wahrscheinlich, ich singe ja ständig immer irgendwo. Und dann haben wir das gemacht. Und die wollten ursprünglich David Bowie für den Song. Mein größtes Idol. Ich liebe David Bowie über alles. Schade, dass es nicht David geworden ist. Aber auch schön, dass es Wille geworden ist. Bela B. hat ja abgesagt damals. Ach, du wolltest mit dem Ärzte-Sänger zusammen das machen, ja? Genau, die Produktion wollte Bela. Und Bela habe ich viel später nochmal getroffen. Für das neue Album, für das erste Album hat er mit dir gearbeitet, ne? Also für mein Debütalbum hat er dann wieder zugesagt. Weil er gesagt hat, du, also beim ersten Hit, ne, habe ich abgesagt, hätte ich mir in den Popo beißen können. Ja, kann ich mir vorstellen. Hat er gesagt, komm, Mädel, machen wir jetzt. Und genau, Wille Wallo, super Typ, also natürlich toller Künstler. Er sieht ein bisschen aus wie Johnny Depp, ne? Zu der Zeit sah er wirklich aus wie Johnny Depp, ja. Und den findest du wiederum ja sehr gut, ne? Johnny Depp, liebe ich, seit ich zehn bin, zwölf bin. Aber Wille Wallo haben sich ja alle beneidet. Er als Frontmann von ihm damals, also das war die Rockband zu der Zeit, ne? Das war die Rockband, Join Me In Death, war ja ein Hit. Ich kannte ihn ja auch von Join Me In Death, auch ein Soundtrack-Song und Hit. Auch, glaube ich, Nummer eins oder zwei oder so. Ja, aber auch Nummer eins, genau. Also das ist lustig. Manchmal hat man Erfolg mit Featuren und Soundtrack-Songs, aber nicht alleine. Das ist halt manchmal, ist es so. Ja, und dann hatten wir, ich glaube, wir waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wie gesagt, DJ Ötzi hat uns vom Thron geboxt mit seinem, äh, einen Stern. Der deinen Namen trägt. Der deinen Namen trägt, genau. Die Melodie weiß gar nicht. Einen Stern, der deinen Namen trägt. Einen Namen trägt, genau. Gut. Kleiner Exkurs am Rande. Fanden die Leute aber noch besser als Summer Wine. Das Schöne aber ist, ein Stern wird, glaube ich, heute nicht mehr so gespielt. Wir werden heute, so viele Jahre später, wirklich international immer noch rauf und runter gespielt. Und die Leute finden unsere Version wirklich gut. Lana Del Rey hat den Song gecovert. U2, beziehungsweise Bono mit The Course. Was, ich glaube sogar, unser Hyper Hyper, unser Scooter hat den auch, glaube ich, gecovert. Roland Kaiser hat den gesungen mit Nancy Sinatra sogar, habe ich letztens gehört. Guck mal an. Ja. Aber euer Song wird, glaube ich, öfter gespielt als das Original von Lee Heselwood und Nancy Sinatra, ne? Ja, das ist schon, weißt du, dessen wird man sich bewusst viele Jahre später. Zu dem Zeitpunkt ist das alles an mir irgendwie vorbeigegangen. Ich habe den Hype gar nicht so mitbekommen. Und war auch gar nicht so dankbar dafür. Weil es war so, ja, ich war im Studio eine Stunde, wir haben zwei Stunden das Video gedreht, danach haben wir getrunken mit Wille und irgendwie auf der Reeperbahn gefeiert. Ich war so grün hinter den Ohren. Rock'n'Roll, was kostet die Welt? So weiter, weiter, weiter. Und dann, als ich mein erstes Album aufgenommen habe und mir gewünscht hätte, dass es genauso gut ankommt und mitten ins Herz geht wie Summer Wine, dann kommt er ins Universum und sagt, so, Mädel, jetzt erst mal bescheiden. Setz dich mal hin. Zurück in Reihe zwei. Zurück in Reihe zwei, erst mal arbeiten wieder, ne? Aber das braucht man als Künstler. Aber wenn man so auf der Überholspiel ist, wie du damals 2007, hast du das realisiert, dass, ich meine, im Kino so einen Blockbuster abliefern, dann einen Charted, der Top Ten ist und so, dass, ich meine, das war ja ein Riesenerfolg auf einmal. Hast du gedacht, das geht jetzt immer so weiter? Ich habe wahrscheinlich gar nichts gedacht. Ich habe das genossen für mich. Und man ist ja auch ein bisschen überfordert dann auch, ja, weil Kameras, überall Interviews und du bist auf einmal total gehypt. Aber ich war dann total leistungsorientiert und wollte einfach Charakterdarstellerin werden. Dann habe ich auch alles abgesagt zu dem Zeitpunkt, was so in die sexy Richtung ging. Und das waren so Entscheidungen, die trifft man, weil man, wenn man jung ist, dann denkt man, man hat die Weisheiten mit den Löffeln gefuttert und man weiß alles besser. Aber das gehört zum Werdegang, zur Erfahrung dazu. Ja, da lernt man einfach viel aus, also man lernt auch Bescheidenheit und Dankbarkeit natürlich, weil ich, nicht, dass ich es für selbstverständlich genommen habe, weil ich wusste halt, wie viel ich dafür getan habe, wie schwer oder wie hart die Arbeit war. Ja, aber es kam so. Und dann kam ein Zeitpunkt, da musste ich wirklich schuften. Also wirklich noch mehr schuften und arbeiten. Aber es ist so, das ist das Künstlerleben einfach. Höhen und Tiefen gehört dazu. Kann man so sagen, dass das wilde Leben dir vielleicht auch so ein bisschen geschadet hat, weil das dir irgendwelche Sachen, die eventuell gegangen wären, verhindert hat? Naja, das Ding, was mich verletzt hat, war, dass viele Regisseure, Produzenten oder Leute aus der Branche gesagt haben, ja, du bist zu sexy für die Rolle, für alles andere, was kam. Nee, wir können dich nicht besetzen, du bist zu sexy, zu sexy, zu sexy. Und dann dachte ich, was heißt das jetzt? Also was bin ich? Ich habe mich ja nie irgendwie halbnackt angezogen. Mein Gesicht ist mein Gesicht, das kann ich mir jetzt nicht umoperieren. Also warum auch? Vielleicht ist es dieser Ostblock. Ich weiß es nicht, was es ist, was an mir zu sexy war. Ich bilde mir aber ein, das war so die Schublade, in der ich war, lag. Der Uschi Obermeier-Stempel. So, der Uschi Obermeier-Stempel. Ja, ja, das Model aus Bayern. Da habe ich gesagt, nee, ich bin gebürtige Polin aus Baden-Württemberg. Ich bin Schauspielerin. Das wurde erst viel, viel später quasi anerkannt, dass es Arbeit war. Dieser bayerische Dialekt und die Nacktheit und alles, das ist ja Arbeit, das ist ja, ne? Absolut. Die Rolle auch. Also ich habe mich ein Jahr dafür vorbereitet und wenn ich mir den Film heute angucke, sage ich, okay, ich bin wirklich zufrieden mit meiner Leistung. Das ist ein sehr, sehr schöner Film gewesen. Danke. Und du hast, ich glaube, die Uschi Obermeier auch sehr, sehr, also zu 100 Prozent identisch gespielt. Das hat sie dir, glaube ich, auch bestätigt, dass du, also du warst quasi Uschi Obermeier. Du bist in diese Person eingetaucht. Ja, ein Jahr ist lange, ist eine lange Zeit. Also wenn man so von großen Stars wie De Niro oder Nicholson spricht, die Method-Acting-Spielen, die bereiten sich ja immer wirklich wahnsinnig hautnah vor auf die Rollen. Und dann kommt man auch, wenn man die Dreharbeiten beendet, bist du auch nicht gleich wieder du. Also da ist ein Stück von diesem Charakter immer drin. So die Körperlichkeit, wie man sich bewegt, war noch da von Uschi und hat mich schon beeinflusst nachhaltig. Ich meine, wir sind bis heute befreundet, wirklich eine meiner engsten Freundinnen, wird 75 jetzt im September übrigens. Sieht aus wie 50, auch der Hammer, die Frau. Ja. Ihr hattet so einen tollen Gang, der hat sich immer so bewegt wie so eine Raubkatze. Ja, das stimmt. Und das hast du dir auch aufgedrückt, ne? Das habe ich mir, ja, das ist weg. Das ist, der Bauer ist wieder in meinen Körper gefahren, sozusagen. Der bayerische, sondern der baden-württembergische, polnische Bauer. Ja, ja, genau. Das sind so Sachen, auf die musst du dich vorbereiten. Körperlich, wie bewegt sie sich, wie spricht sie sich, was hat sie für ein Duktus, Stimmlage, Lippen. Immer so zum Kuss. Nutschmund, genau. Ich finde das schlimm, wenn man so eine Rolle gespielt hat, die so erfolgreich war, wie du als Uschi Obermeier. Und dann kommst du zum Casting und denkst, okay, ich habe ein großes Spektrum drauf und ich werde trotzdem immer in diese Schublade geschoben. Ich könnte aber viel mehr. Ich könnte eine Kommissarin spielen, eine Ärztin spielen, eine Prostituierte spielen, eine liebevolle Mama spielen, eine Tennisspielerin. Ich könnte ja alles machen, aber du wirst nicht besetzt, weil die sagen, nee, nee, du hast diesen Stempel. Du bist einfach zu sexy für das, was wir machen wollen. Genau, zunächst mal. Das ist natürlich sehr, sehr engstirnig gedacht, aber ich glaube, dass wir Menschen allgemein uns gerne in einer Komfortzone bewegen oder in Sicherheit wiegen. Und dann besetzt man natürlich die Personen, die man so einschätzt. Aha, sexy, Natalia Avelon. Charakterdarstellerin, Hannah Herzsprung. Die kam ja mit vier Minuten raus, glaube ich, zu der gleichen Zeit und das war eine ganz andere Rolle. Hat sich Jahre rasiert oder Anna-Maria Mühe damals, womit war die draußen? Wir sind ja so eine Generation. Und alle anderen Rollen hat sowieso Veronika Ferris gespielt. Genau, so ist es. Das ist ungerecht. Nichts gegen die Leistung von Frau Ferris, aber ich finde, sie hätte auch mal ein paar Rollen abgeben können an eine Kollegin. Ja, genau. Hast du dich zum Beispiel auch in der einen oder anderen Rolle gesehen? Ja, das kommt. Das ist eine Entwicklung und das hat auch, wie gesagt, mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Und mittlerweile spiele ich ja unterschiedliche Sachen. Von der türkischen Mama bis Ärztin habe ich gespielt. Also alles Mögliche. Sportlerin und, und, und. Natürlich die Blockbuster. Du hast ja nicht jedes Jahr Blockbuster. Also Fakir Goethe ist ja so ein Hype. Shoot is Manito, Fakir Goethe. Das sind so Filme, die man kennt. oder Kein Ohrhasen. Aber diese Filme, die passieren ja auch nicht jedes Jahr. Und da werden ja auch nicht alle weiblichen Frauen in meinem Alter besetzt, sondern man konkurriert. Also im positiven Sinne. Ich meine das gar nicht negativ. Es hängt von so vielen Faktoren ab, ob man besetzt wird oder nicht. Das ist ja wie wir. Der eine mag Mercedes, der andere mag Porsche, grün oder blau. Darf man sich nicht zu Herzen nehmen. Die Automarken mussten mit reinkommen, weil du bist selbst großer Autofan. Dann fährst du gerne schnell Auto. Ja, ich liebe, wenn wirklich Menschen gut vorbereitet sind. Du hast recherchiert auf jeden Fall. Absolut. Ich weiß, dass du Autos magst. Wie viele Punkte hast du auf deinem Punktekonto in Flensburg? Ich glaube jetzt zwei. Ich hatte jetzt bis, ja, letzten Monat hatte ich meinen Führerschein einen Monat weg. Oh. Das war gemein. Das war sehr gemein. Ich bin Dreieck Nutetal, bin ich falsch rausgefahren. Und wenn du in die eine Richtung fährst, ist 120. Dann fährst du ab quasi, um wieder umzudrehen. Richtung Berlin. Und dann steht ein 80er Schild. Ich weiß nicht, ob es heute auch so ist. Und rechts war ein LKW, links war, also ich war mitten zwischen, das war ein Chaos. Ich habe diese Schilder, ich scharwöre, nicht gesehen. Und bin natürlich 130 da durchgerast. Weil ich dachte, es ist 120, ich habe noch überholt. Zack, bumm. 50 zu schnell. 50 zu schnell. Dieses Bild ist auch so lustig, weil die Sonne schien. Ich habe eine Sonnenbrille auf. Ich habe eine Mütze auf. Die einen Schatten wirft auf mich, als ob ich einen geklebten Bart hätte. Also ich sehe aus wie so ein kleiner Pseudogangster, der die Bank überfällt. Und dann, ja, habe ich da angerufen, mit den netten Leuten telefoniert aus Brandenburg. Aber der Herr war sehr nett zu mir. Die Dame, und das finde ich immer schade, die war etwas zickig, hat gesagt, nein. Die sind Schauspielerin, Sängerin, Künstlerin. Sie können mal einen Monat Fahrrad fahren oder die Öffentlichen nutzen. Ich hätte aber 400 Euro zahlen können und dann hätte ich den Führerschein behalten können. Ach, das wäre gegangen. Das wäre gegangen. Ist das legal gewesen überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht haben die dir irgendeinen Deal angeboten, die, weißt du, jetzt im Nachhinein, Wir wissen ja nicht, wie die Dame, die nette, nicht so nette Dame auf dem Amt hieß. Dementsprechend können wir jetzt auch niemanden mit dem erhobenen Zeigefinger. Nein, 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 Spaß beiseite, Spaß beiseite. Also ich habe zwei Punkte bekommen, 180 Euro, glaube ich. Und ja, ich bin ja kein Raser, aber ich dachte wirklich, es ist eine 120er Zone. Aber fettmotorisierte Autos liegen dir schon, das magst du schon gern. Mag ich sehr gern, ich fahre kein fettmotorisiertes Auto. Meine Liebe ist spätestens zu dem Zeitpunkt entstanden, als ich bei einer karitativen Veranstaltung in Leipzig, auf der Porsche Arena heißt das, oder? Ist das die Porsche Arena? Ich glaube, es ist ein Ring. Möglich. Wir sagen jetzt mal, es ist so. Ein wahnsinnig schnelles Auto. Also wir haben quasi ein Rennen, sind ein Rennen gefahren. Das war, ich war der glücklichste, es war wirklich einer der glücklichsten Momente meines Lebens. Diese Kombination aus Fokus, also tausendprozentiger Fokus, weil die Geschwindigkeit ja so hoch ist. Also du ein bisschen falsches Lenkrad eingelenkt und dann bist du weg vom Fenster. Die Geschwindigkeit. Auf der anderen Seite musst du hoch entspannt sein, damit du diese Ruhe hast. Das ist wie Meditation, Adrenalin, Bungee-Dumping und Sex in einem. Guck mal, das ist eine interessante Kombi, habe ich in der Form noch nicht gehört. Werde ich mal drüber nachdenken. Also Bungee-Jumping würde ich für mich mal streichen, weil ich habe einmal auf so einem Kran gestanden und sollte da runterspringen und habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Das war eine Mutprobe, die konnte ich in meinem Leben nicht eingehen. Ich habe alles andere gemacht, falschen Springen, ich habe alles probiert. Bungee-Jumping konnte ich nicht. Will ich nicht, mache ich nicht. Würde ich auch nicht machen. Schnelles Autofahren, schon. Ach, also ich habe tatsächlich gegoogelt, ob wir hier in der Nähe von Berlin Trainingsplätze haben, aber da muss man ein bisschen weiter wegfahren immer. Eurospeed-Wähl-Ausitz, große Rennstrecke. Ich weiß nicht, ob man da als Privatperson rauf kann. Wie weit ist das von uns? Beklettwitz, das ist in Brandenburg. Brandenburg. Das ist um die Ecke. Warte ein Stündchen? Ja, eine Stunde ungefähr. Von Berlin, ne? Von Potsdam ungefähr eine gute Stunde. Doch, man kann Scheinen machen, den würde ich gerne noch machen. Also das steht auf meiner To-Do-Liste. Vielleicht wärst du auch eine gute Rennfahrerin geworden. Man weiß es nicht genau. Mit 41 ist es zu spät wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, ob die Reflexe noch so hinhauen, aber wer weiß, keine Ahnung. Also ich glaube, die richtigen Spitzenrennfahrer werden sagen, nee, man hätte damit mit 15 oder 20 anfangen müssen. Das ist schade. Ja, also die berühmten Rennfahrer haben alle sehr zeitig angefangen, irgendwie mit Kart fahren oder so. Aber Frauen, ich weiß gar nicht, die Frauenbranche ist ja nicht so groß. Ich glaube, da würde kürzlich die erste Frau, was war das für ein Rennen? Es gibt eine ganze Menge prominenter Rennfahrerinnen. Ja, aber auch nicht so lange. Also, ich glaube schon, doch. Ich glaube also, in den letzten 20 Jahren hat sich da eine Menge getan. Ich habe kürzlich gelesen, das ist ein Rennen, frag mich nicht, welches Rennen das war, die erste Frau gefahren ist. Zugelassen mit Scheinen, mit, ich will jetzt nicht lügen. Wir lassen das einfach mal so stehen. Wir können diese Frage im Augenblick nicht beantworten. Da sind wir beide nicht drauf vorbereitet. Aber in unserem nächsten Interview, was hoffentlich nicht erst in vier Jahren stattfindet, können wir diese Frage ja mal. Dann wissen wir genau, worüber wir reden. Dann werden wir die prominenten Rennfahrerinnen. Vielleicht auch unter anderem ich dann mittlerweile. Vielleicht auch du. Mit 60. Dann mal in unser Gespräch mit einbeziehen. So. Wir kommen auf deine musikalische Karriere zu sprechen. Ja. Ja. 2017, das war das Jahr, als wir uns das letzte Mal hier gesehen haben, erschienen dein Debütalbum. Da hast du gesagt, jetzt muss ich mich auch musikalisch verwirklichen. Ich habe schon alles Mögliche gemacht, aber jetzt muss es gehen. Und da hast du alles reingelegt, was so ging. Und da habe ich gedacht, jetzt startet sie durch als Musikerin. Ja. Ging auch ganz gut los, ne? Also das war für mich, war das eine super spannende Reise und wichtige Reise, weil es ja, wie gesagt, mein Debütalbum war. Ich war zum ersten Mal beim Schreiben dabei. Ich habe fast die Hälfte der Songs mitgeschrieben. Alle Ideen stammen von mir. Ein paar Songs wurden natürlich auch eingekauft von der Plattenfirma. Aber wir wollen ja nicht übertreiben mit der Selbstverwirklichung beim ersten Album. Aber das Selbstbewusstsein zu bekommen erstmal, weil man ist ja quasi auf dem Markt mit Musikern. Ich sehe hier gerade Max Giesingers Platte vor mir bei euch. Was ist denn das? Goldplatten? Ja, das sind goldene Schallplatten bei uns. Goldene Schallplatten, genau. Haben wir als Radiosender dazu beigetragen, dass die gold geworden sind, weil wir sie häufig gespielt haben. Ja, so ist das, genau. Also das ist ein Teamwork immer, ne? Absolut. Dankeschön, so sage ich jetzt mal im Namen aller Künstler. Und da schaust du natürlich, ich schaue ja zu diesen Musikern auf. Ich weiß, dass die seit sie jung sind, klein sind, Kinder sind, Teenager sind, Instrumente spielen und auf den Bühnen unterwegs sind, kleine Clubs gespielt haben. Ich bin so ein Spätzünder in allem in meinem Leben. Aber ich dachte so, okay, warum nicht? Ich war ja, wann war das? 2017? 2017 war ich 37. Da sein Debütalbum rauszubringen, ist jetzt auch nicht... Ist nicht zu spät. Ist nicht zu spät, aber ist jetzt auch nicht so gängig, ne? Nicht so früh, genau. So. Und aber alles ist möglich im Leben, ne? Und früher war das, glaube ich, nicht möglich gewesen, mit 37 ein Debütalbum rauszubringen. Heute hat die Plattenfirma Sony Music gesagt, hey, let's go. Wir glauben an dich, wenn gut, was du machst, mach das. Ich hab natürlich jetzt kein so ein mega kommerzielles Album auf den Markt gebracht, sondern das war eher so, das waren so Retro-Pop-Klänge, schon von Nancy Sinatra beeinflusst auch. Aber zu dem Zeitpunkt hat man eigentlich schon andere Musik gehört. Das Gehör, die Gehörgewohnheit der Hörer ist ja immer, wenn sie Katy Perry gewohnt sind und Miley Cyrus, dann komm ich, du weißt ja, wie es ist, ne? Man muss zur richtigen Zeit irgendwie mit der richtigen Musik kommen. Insofern war das jetzt kein Chart-Album, aber mir schreiben viele Leute, dass sie es schön finden und dann, das freut mich dann, auch wenn es zehn Leute sind, denen es gefällt. Love Kills, kann man sich immer noch anhören? Ja. Gibt es? Gibt es. Ich kann mich erinnern, Blind Relief war, glaube ich, das erste Video dazu, ne? Blind Relief, genau. Genau, so hieß es. Und kann ich mich erinnern, das war auch so eine Adaption zu dem Film, ne? Weil da ging es auch um einen Fotografen, der dich abgelichtet hat irgendwie und autoerotische Dinge dort mit Tüten über dem Kopf und so. War das nicht dieses Video, ja, ne? Das Video war eher, da ging es um eine toxische Beziehung, in der der Partner, in dem Fall war es eben er, der Mann, erst zunächst die Macht hat und diese Macht ausnutzt. Und diese toxische Beziehung ist ein ewiges Hin und Her und am Ende des Tages kommen die doch wieder beide zusammen. Und dann, das sind alles so Symbole, Symbolik, Tüte, keine Luft bekommen. Da ging es jetzt nicht um Selbstmord oder Mord natürlich, das waren wirklich, Magritte hat, glaube ich, ein schönes Bild, ist mir danach eingefallen. Das ist genau das gleiche Bild, wie wir gefilmt haben, zwei Menschen mit einer Tüte. Ich glaube, das ist Magritte gewesen. Also viele, viele Bilder und Tokio-Dekadenz ist so ein erotischer Klassiker, der mich bildlich auch inspiriert hat. Also viele, viele Kunsteinflüsse und Metaphern einfach in diesem Video. Am Ende ist es nicht so erfolgreich geworden, wie erhofft, aber da kann ja noch einiges passieren. Du hast viel Musik auch in Polen gemacht. Ich verfolge dich an den sozialen Kanälen, kann ich ja nochmal wiederholen. Und dementsprechend gucke ich immer, was du so machst, in verschiedenen Verkleidungen, in verschiedenen Shows, hast du dort gesungen. Und du hast mittlerweile aber auch eine neue Karriere angestartet. Und zwar geht es in Richtung Deutschsprach, könnte man mal sagen. Ja, also ich bin gerade, ich bastle gerade an neuer Musik. Es wird deutschsprachig, habe ich mich ausprobiert. Warum, fragen die Leute, weil ich ja Deutsche bin, in Deutschland lebe. Englisch hat sich aus dem Film ergeben, aus Summerwine ergeben. Deswegen das Album Englischsprachig, weil das quasi eine Kontinuität war von Summerwine. Und jetzt habe ich gedacht, nee, Karten mische ich neu und habe die deutsche Sprache unter die Lupe genommen. Ich bin ja, als ich 1989 hergekommen bin, habe ich ja Lindenberg, Westernhagen und Co. verpasst. Weil mit neun Jahren hörst du nicht Lindenberg und Westernhagen, sondern, was habe ich gehört? New Kids on the Block, Michael Jackson. Wie alle. Modern Talking. Ja, natürlich. Und auch wieder als Spätzünder habe ich, und nachdem ich Udo Lindenberg kennengelernt habe, 2007 war das in Frankreich, beim Filmfest, habe ich mich in den letzten Jahren mit deutscher Musik beschäftigt. Westernhagen, frühjahriger Punk gewesen. Absolut. Also die Texte, das ist ja der Wahnsinn. Der war auch schon hier in dieser Sendung, der Marius. Hammer, den habe ich kennengelernt, den schätze ich sehr, seine Frau auch. Also wir mögen uns auch wirklich sehr, unterhalten uns gerne miteinander. Mit Lindenberg, mit Udo bin ich befreundet. Wir sind jetzt nicht die besten Freunde, aber wir haben uns wirklich lieb. Und ich hoffe, dass ich mit ihm musikalisch an den Start gehe. Das wäre ja cool. Bald hoffentlich. Tolle Musiker. Also wirklich, Grönemeyer war ja auch wirklich ein Held. Udo Lindenberg zum Beispiel, ich kenne seine Hits oder seine Songs nicht auswendig. Ich war, waren wir im Olympiastadion in Berlin. Wann waren das vor? Vor ein paar Jahren. Drei, vier Jahren. Das war mein erstes Konzert, Udo Lindenberg-Konzert. Wir haben gemeinsame Freunde auch. Ich dachte so, oh, ich kenne die Songs nicht auswendig. Also ich kenne die Songs nicht seit den 60ern bis jetzt. Es gab keine Sekunde, in der ich nicht gestanden bin, getanzt habe, mitgeklatscht habe, mitgesungen habe irgendwann. Das ist ein riesengroßes Familienfest gewesen. Also wie unter Freunden halt nur das ganze Stadion gefüllt. Bombastische Show. Von Herzen. Authentisch. Ich liebe Udo Lindenberg. Also das Konzert, eines der besten überhaupt, wirklich. Ich habe ihn in der Mercedes-Benz Arena gesehen. Ja, habe ich auch gesehen. Das war das gleiche Konzert. Der Wahnsinn. Das war, glaube ich, anlässlich seines Jubiläums damals. Und da war Otto Walkes noch. Und da war wirklich, da war eine Stimmung. Und ich zum Beispiel kann die Texte alle mitsingen. Denn ich bin ja mit der Musik aufgewachsen, tatsächlich. Genau, genau. Und er ist ein großartiger Künstler, macht tolle Texte, sinnvoll, genial, Inhalt. Die Texte, da geht dir Gänsehaut durch den Körper, wirklich. Und emotional und auch mit diesem riesen, riesen, war das ein riesen Udo? Ne, ein riesen Männchen mit Joint, glaube ich, so ein Rastafari. Und der hat ja wirklich tolle Bühnenbauer auch. Und deswegen tat mir das so leid für die ganze Mannschaft während Covid. Die Leute waren ja arbeitslos. Die Branche ist ja zugrunde gegangen. Also Künstler, klar, die verdienen sehr viel Geld, aber Bühnenbauer und Co. sind ja angestellt und sind abhängig von den Künstlern. Deshalb haben wir eine Menge gemacht. Wir haben zum Beispiel die Aktion Rettet die Clubs unterstützt und ähnliches. Wir haben die Künstler auch während der Covid-Pandemie immer angerufen und haben gefragt, wie geht's euch? Weil einige sind in so einer Depression verfallen und so. Und wir haben gesagt, wir sind da. Ja, ihr seid toll einfach. Und insofern machen wir, wir machen eine ganze Menge. Also im Rahmen unserer Möglichkeiten, das Radio-Sondern, geben wir wirklich alles. Danke. Das ist toll. Und wenn du dann mit einem neuen deutschen Album rauskommst und was Schönes machst, mit vielleicht einer Kooperation mit irgendwelchen anderen Künstlern zusammen. Ja, dann ruft ihr mich auch an. Dann ruft mir nichts. Genau. Hast du noch was zu essen, nachdem du alles ins Album gesteckt hast? Du arbeitest ja an der ersten Million. Ich arbeite an der ersten Million. Die meisten arbeiten an der zweiten, weil die erste ist immer die härteste. Die fangen mit der zweiten gleich an, weißt du? Aber ab der ersten geht's dann ganz leicht, sagt man. Ich hab keine Ahnung. Leute, ich sag's euch, die Macht der Gedanken. Die Macht der Gedanken. Mein Mantra ist, ich werde die erste Millionärin in meiner Familie. Und ich schwöre es euch, ich schwöre ja so gerne als brave Katholikin, das wird passieren. Sagst du dann Bescheid, wenn du Millionärin bist? Ja, da komm ich her mit, weiß ich nicht, Champagner, Wodka. Dann trinken wir einen. Ja. Also ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert. Hoffe ich auch. Ich wünsche dir immer viel Erfolg für alles, was du machst. Dankeschön. Weil aus meiner Sicht ist das ja, also ich gucke hier als Radiomoderator und denke immer, Mensch, das ist toll, was sie macht. Danke. Sie startet als Model durch. Sie startet als Schauspielerin durch. Sie macht Musik. Sie verwirklicht sich den ganzen Tag über. Und aus meiner Sicht ist das doch immer sehr erfolgreich. Du hast ja den anderen Blickwinkel und sagst, naja, es hätte noch erfolgreicher laufen können. Ach, weißt du, es geht nicht immer mal Erfolg. Also so denke ich eigentlich nicht. Es gibt ja unterschiedliche Künstler, glaube ich. Der eine will Superstar werden, das ist ganz wichtig. Und der andere, ich will zum Beispiel nachhaltig arbeiten wie Iris Berben. Hannelore Elsner ist leider verstorben. Aber das sind Damen oder Frauen im Alter von jetzt weiß ich nicht, 70 Jahren, die immer noch gedreht haben. Iris Berben Karriere ist auch nach 50 oder Hannelore Elsners richtig durchgestartet, weil bei uns Frauen ist es ja oft so, das wird auch besser. Aber wenn man irgendwie klassisch aussieht, lange braune Haare hat und jetzt kein Charaktergesicht hat mit abstehenden Ohren und vielleicht auch noch irgendwie als sinnlich oder sexy betitelt wird, dann traut man den Menschen dann keine Charakterrolle zu oder kein Talent oder was weiß ich. Das ist ja völliger Bullshit alles. Also ich weiß gar nicht, warum wir Menschen so, das ist für mich wirklich konfus, wie wir denken. Ich möchte bis ins hohe Lebensalter meinen Beruf ausüben, den ich sehr liebe. Und ich liebe die Fans, ich liebe die Leute, für die wir es machen. Und das schönste Gefühl ist es, wenn man einen Song performt oder bei einer Show mitmacht oder einen Film rausbringt und man hat eine tolle Resonanz und die Menschen schreiben, der hat mich bewegt, berührt. Oh, ich habe mich erinnert an meine Zeit bei Summerwine, schreiben sie mir bis heute, oder das wilde Leben. Viele Jahre später hat mir ein DJ geschrieben, dass er wegen des Films angefangen hat, Musik zu machen und ist durch die Welt gereist damit. Ein anderer Kollege von einer Rockband, Metalband eigentlich, hat auch gesagt, weißt du was, wegen dir habe ich eigentlich angefangen, Musik zu machen. Weil ich gesagt habe, ich muss mein Leben leben, so wie ich es will. Oder Frauen sagen, hey, weißt du was, ich muss mich realisieren, selbst verwirklichen. Ich will noch so viel machen, warum mache ich das alles nicht? Das sind die schönsten Momente, darum geht es. Ich lade mir regelmäßig ja auch Kolleginnen und Kollegen von dir ein, die auch Schauspielerinnen oder Schauspieler sind. Rebecca Emanuel zum Beispiel kommt regelmäßig vorbei. Liebe ich sehr. Da gibt es ja auch Parallelen, sie singt ja auch nebenbei, hat ein Weihnachtsalbum gemacht, ein sehr schönes und so. Und das finde ich immer toll, wenn so Leute sagen, ja, ich mache hier mein Ding einfach, um mal bei Udo Lindenberg zu bleiben. Ich mache mein Ding. Das ist das Motto wirklich, darum geht es auch im Leben, weil, weißt du, dieses, wir kümmern uns so oft um andere im Sinne von, ah, was denkt die, was denkt der, findet der das gut oder die, aber die anderen zahlen unsere Miete nicht. Du zahlst ja deine Miete selbst. So ist es. Sage ich jetzt mal. Ja. Und wenn man das Ding durchzieht, authentisch, wenn man das macht, was man liebt, dann wird es eigentlich immer gut und vor allem authentisch eben. Und es kommt dann bei den Leuten an, bei denen es ankommen soll. Und, ähm, ja, das Leben, ich weiß nicht, mein Motto ist immer das Leben genießen, alles ausprobieren, weil es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Länder zu bereisen, so viele Berufe auszuüben. Wenn es heute, wir haben halt Ängste, es geht ja immer um die Komfortzone. Wir haben so ein bisschen Angst, wir Menschen, uns aus der Komfortzone zu bewegen. Ja, so wie ich zum Beispiel gerne Motorsport machen würde. Eigentlich sollte ich es jetzt machen. Morgen anrufen und sagen, ich komme zum Training. Aber dann denkt man, nee, bin ich zu alt oder ja, Reflexe oder was auch immer. Das ist Quatsch, weil ich hab, es gibt, so ein alter Veteran mit 100 ist, äh, gerade aus einem Flugzeug gesprungen zu seinem 100. Geburtstag in Amerika irgendwo. Es gibt einen Marathonläufer, der ist mit 100 in den Marathon gelaufen. Also, es geht. Es gibt keine Grenzen. Die Grenzen sind in unseren Köpfen oder hinterm Zaun des Nachbarn, ja, also weg damit. Leben, leben, leben. Meine Eltern sagen auch mit Mitte 60, ah, wir werden Eltern. Da sag ich, Leute, hört auf mit diesem Gequatsch. Ihr seid junge Menschen mittendrin. Ich hab meinem Vater jetzt zum Geburtstag Stöcke, Gehstöcke geholt. Der soll jetzt mal schön sich bewegen. Ja, richtig so. Wirklich, das macht er auch. Ich frag den jeden Tag, Vater, warst du wieder draußen? Ja, sag ich, raus. Ja, gut, okay. Also, Natalia, ich muss dir mal Folgendes sagen. Ich würde es schön finden, wenn du weiterhin Schauspielerin bleiben würdest, wenn du weiterhin Musik machst, weil ich finde, das sind Talente, die du durchaus mitbringst und da solltest du auch weitermachen. Wenn du jetzt Rennfahrerin werden würdest, könnte es sein, dass ich dich aus dem Fokus verliere, weil ich mich für Rennsport nicht so sehr interessiere. Verdammt. Also, finde ich zwar auch interessant, aber ich hatte bis jetzt noch nie so irgendwelche prominenten Rennsportler hier, die mal so ein bisschen über ihre Karriere erzählt haben. Obwohl, können wir eigentlich mal einladen bei dir. Ja, auch spannend. Dann habe ich da auch einen größeren Fokus, weil das ist im Augenblick so ein Gebiet, wo ich mich nicht so gut auskenne, ehrlich gesagt. Wenn wir machen, aber dich auf der Mattscheibe zu sehen und es gibt so viele verschiedene Formate, in denen du spielen kannst. Ich bin auch wirklich, ich bin jetzt im Januar bei einem TV-Format zu sehen. Ich bin jetzt bei Nix Festes, zweite Staffel oder dritte Staffel mittlerweile habe ich mitgespielt. Ich habe jetzt am Donnerstag ein Casting, ein schönes. Ich habe am Montag ein Casting. Also, ich habe ein neues Management gerade. Man muss ja auch gucken, wo stellt man das Pflänzchen hin, die Blume, damit sie blüht. Das kommt ja auch immer auf die Sonne und so an. Deswegen, im Leben ist auch ein Team, die Menschen um einen herum. Auch metaphorisch. Also, ob es Freunde sind, Familie, gute Menschen um sich herum zu haben, die an dich glauben, die dich fördern, mit denen du alles teilen kannst. Gute und schlechte Momente. Das ist sehr wichtig. Aber es ist immer halt eine Etappe im Leben, Lebenserfahrungen. Und zwischendurch spielt sie auch mal in Polen, weil die das durchaus zu schätzen wissen, dass eine deutsche Schauspielerin perfekt Polnisch spricht und toll aussieht und einfach mal besetzt werden kann für irgendwelche Projekte dort. Genau, letztes Jahr, also Gott sei Dank, während der Covid-Zeit habe ich in Warschau ein Jahr verbracht, in der TV-Show eben, da mussten wir quasi, da ging es darum, dass wir, zum Beispiel habe ich als Bob Marley performt und musste, also saß fünf Stunden in der Special-Effect-Maske mit Silikon einsetzen und so weiter und mussten stimmlich so nah wie möglich an den Künstler kommen. Das ist natürlich als Frau, jetzt Bob Marley zu singen, ist nicht einfach, aber das hat so viel Freude gemacht und Spaß und diese riesen Bühne zum ersten Mal im Leben. Ich war noch nie auf so einer großen Bühne mit Jury und Publikum, dann ohne Publikum. Das hat mir viel gebracht an Erfahrung. Und es waren noch diverse andere Verkleidungen. Ich habe das ja gesehen. Man kann das bei Instagram übrigens sehen. Man kann das bei Instagram sehen, ja. Natalia Avalon hat eine schöne Seite, wenn man da ein bisschen zurückgeht, kann man die ganzen Bilder sehen. Deine ganzen Verkleidungen, ich dachte, sieht ja toll aus. Also das sind immer ein Haufen Special-Effekts, ne? Total und mein bester, mein emotionalster Auftritt war als The Cranberries, als Dolores. Die ist ja auch verstorben leider. Ich glaube, die hat sich das Leben sogar genommen. Das weiß ich gar nicht. Ja, Dolores Orion. Die ist nicht mehr im Leben? Ne, von The Cranberries nicht mehr. Das ist ja schade. Das ist sehr schade. Super talentierte, super kluge Frau. Genau. Das war, das klingt vielleicht verrückt, aber ich sage es euch, das war, als ob die Seele von Dolores in mich gewass. Eine Wiedergeburt der Seele. Eine Wiedergeburt. Das war, kann ich gar nicht, also wirklich, da kriege ich bis heute Gänsehaut. Das war irgendwas anderes, ist da passiert auf der Bühne. Das war echt verrückt. Als Marilyn Monroe habe ich performt, das war auch aufgefahren. Das habe ich gesehen, ja. Ja, aber ich bin, wie gesagt, ich bin Schauspielerin, ich springe dann wirklich in diesen Charakter rein und auf einmal bewegst du dich ganz anders und ich habe ihre, diese Verletzlichkeit, diese infantile Kindlichkeit auf einmal gespürt und dachte, oh Gott, du musst ja so verletzlich gewesen sein. Also das war, das war verrückt, die Erfahrung. Bob Marley war nochmal eine ganz andere Erfahrung, da haben sich alle Mädels in mich verknallt, weil ich sah aus wie der junge Cousin von Bob Marley dann auf einmal. Und, oder hier als Opus, Life is Life, das war auch lustig. Kann man sich alles noch anschauen. Ja. So, wir machen einen kleinen Sprung, wir kommen zum Playboy und für alle, die uns jetzt zuschauen und nicht nur zuhören, ich halte ihn mal kurz ins Bild. Das ist die Oktober-Ausgabe vom deutschen Playboy und da ist Nathalia Avalon vorn drauf und nicht nur vorn, sondern auch in der Mitte mit, wie ich finde, sehr schönen ästhetischen Bildern. Vielen Dank. Ich muss das mal sagen, ich gucke mir sowieso gerne Frauenkörper an, nackte Frauenkörper, weil ich finde, Frauenkörper sind die schöneren Körper. Da können wir Männer leider nicht mithalten, egal wie gut wir trainiert sind. Interessant auch, interessant ist es, warum Frauen und Männer sich lieber Frauenkörper anschauen als Männerkörper. Warum gibt es den Playboy und nicht Playgirl? Gab's glaube ich oder, ich weiß es gar nicht. Ja, gab's mal eine Zeit lang, genau. Wir Frauen wollen jetzt nicht, das ist komisch, wir wollen euch jetzt nicht so wirklich auf Covern, Umschlägen, Innenseiten sehen. Warum? Ich will das auch nicht sehen. Ja, aber warum? Das ist doch eine interessante Frage. Der weibliche Körper ist halt schön, weiblich, weich, rund. Ich persönlich finde, mit Nacktheit verbinde ich immer so ein Urvertrauen, Ehrlichkeit, was Pures, was Unschuldiges. Ja, das ist so meine Definition von Nacktheit. Und ich meine, Rembrandt und Co. haben nackte, oder? Rembrandt hat auch nackte Frauen gemalt. Gemalt. Mona Lisa war nicht nackt, die hatte aber einen guten Blick, schöne Augen. Ja, das ist, warum auch immer, ne? Man schaut Frauen einfach gerne, was ich toll finde, man schaut Frauen einfach gerne an. Ja, und du hast gedacht, Mensch, also die Gelegenheit greife ich mal beim Schopfe, weil Uschi Obermeier, also die Frau, die du gespielt hast, auch in das wilde Leben, die hat sich ja mit deutlich mehr Jahren auf der Uhr mit 50 nochmal ablichten lassen. Du jetzt mit 41 und ich finde, also dieses, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Wirklich schön. Vielen Dank, vielen Dank. Ich finde, 41 ist kein Alter, ich finde, 50 ist auch kein Alter, das sind alles junge Menschen. Wie gesagt, heutzutage, ich glaube, heute ist man 90 dann alt. Aber für mich, wie gesagt, ich habe viermal abgesagt, den Playboy, glaube ich, oder dreimal. Ich bin jetzt eine erwachsene Frau und ich glaube, auch das Interview und die Message, alles, was ich damit ausstrahle und sage, hat eine andere Dimension als früher mit 27. Mit 27, 28, 26 wären es einfach schöne Fotos geworden. Heute ist es so ein Statement, beim Interview sage ich auch, mir ist das Wichtigste, dass jeder Mensch einfach so ist, wie er ist, dass er macht, was er, wozu er Lust hat, dass man sich einfach, dass man sich nicht für seine Existenz ständig rechtfertigen und entschuldigen muss, in welcher Form auch immer. Also sei es sexueller Natur, hetero, homosexuell, bisexuell, was auch immer. Oder ob man älter ist und noch Fallschirmspringen oder ganz jung ist und mit einem 60-Jährigen verheiratet ist. Was geht uns das alle an? Also wenn jemand glücklich ist, wenn ich einen Menschen, wenn jetzt hier ein Mensch in den Raum reinkommt und ist glücklich und strahlt das aus und hat gute Laune und Liebe in sich, dann ist es mir wirklich egal, was da drumherum passiert. Also solange man andere Menschen nicht verletzt mit seinem Verhalten, finde ich, ist alles absolut legitim. Der Playboy ist ja ein bisschen umstritten immer. Die eine Hälfte sagt, das ist ein tolles Magazin mit ästhetischem Inhalt und die anderen sagen, das ist ein pornografisches Magazin. Ich finde, man soll das einfach so nehmen, wie man möchte. Wenn man der Meinung ist, es ist etwas, was man sich anschauen möchte, dann sollte man dieses Magazin lesen. Wie definiert man Pornografie? Es gibt ja Leute, die sagen, das ist Frauenverachten und sonst irgendwas, die sind nackt da drin. Warum? Naja gut, aber die Frauen werden ja nicht gezwungen dazu. So ist es, die machen das freiwillig. Die machen es absolut freiwillig. Ich habe es auch absolut, ich wurde nicht dazu gezwungen. Ich bin nicht pleite und mache es des Geldes wegen. Nein, würde ich euch auch sagen. Natürlich habe ich Geld verdient. Das ist mein Job. Ich mache das ja nicht karitativ. Aber in erster Linie hatte ich einfach Lust dazu und hatte wirklich, ich hatte wirklich Lust dazu. Ich kenne den Fotografen, ich kenne den Stylisten. Wir sind super befreundet über viele Jahre. Das war wirklich wie Familie, also Familienshooting. Die Frauen machen das freiwillig. Jede der Frauen, die sich da ablichten lässt, lässt sich so ablichten, wie sie sich sieht. Also so wie die Fotos jetzt von mir zu sehen sind, so sehe ich mich. Und ich wollte einfach zeigen, ich habe viele Facetten. Man ist es verrucht, man ist es unschuldig, man ist es romantisch, man ist es rockig. Wir Frauen können halt alles. Und du sagst Frauen, die jetzt vielleicht mit 40 Grad so eine kleine Lebenskrise haben und sagen, ja mein Leben ist vorbei. Nee, 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 Freunde, Mädels. Mit 40 kann man ganz viel machen. Man kann mit 50 ganz viel machen. Wenn ihr euch nackt zeigen möchtet, macht das ruhig. Und ich finde, die Bilder am Playboy sind immer ästhetisch. Immer. Immer ästhetisch, danke. Es geht ja aber auch nicht um Nacktheit, sondern einfach um das zu machen, was man möchte. Wenn man heute umziehen möchte nach China, bitte, los geht's. Man muss halt, ich finde, wir müssen den Mut, es geht um glücklich und zufrieden sein, in welcher Form auch immer. Und den Mut haben, seine Komfortzone zu verlassen. Und ich kenne so viele Menschen zum Beispiel, die in Beziehungen leben über Jahrzehnte, in der sie eigentlich nicht mehr glücklich sind. Weil, ja, jetzt habe ich dir vor Gott mir das Ja-Wort gegeben und ewiges Zusammensein geschworen. Oder, wir haben Kinder oder Haus. Das ist immer schade, weil ich habe das Gefühl, egal was man macht oder beruflich auch, eigentlich mag ich meinen Beruf nicht. Ich finde, das ist falsch, weil das Leben ist wirklich dazu da, wir haben so viele Möglichkeiten. Und meistens, wenn man sich entscheidet, in der Veränderung einzugehen oder wirklich das zu machen, was man liebt, dann wird es auf einmal toll und klappt und wird erfolgreich auch. Und, ja, da bin ich einfach der Verfechter dafür, dass, ja, mutig durchs Leben zu gehen, sich auszuprobieren. Noch ein Satz zur Nacktheit hinterher. Ich bin im Osten aufgewachsen. Wir waren in FKK-Stränden. Ich bin Saunagänger. Was soll's, ne? Ja, also. Und das, was man im Playboy sieht, ist deutlich ästhetischer als das, was man teilweise woanders sieht. In den eben angesprochenen Orten. Genau. Das muss man sagen. Deshalb herzlichen Glückwunsch zu den schönen Fotos. Vielen Dank. Und wenn du in neun Jahren, sagen wir mal, mit 50 nochmal, a la Urschi Obermeier, vielleicht nochmal dich ablichten lassen möchtest, weil du der Meinung bist, ich fühle das, dann mach es einfach. Mach ich. Aber wahrscheinlich gehe ich dann eher in die Politik, wenn ich ganz ehrlich bin. Das sind so, jetzt interessieren mich ganz andere Dinge. Ja. Also jetzt will ich was hinterlassen auf der Welt. Ich will Leuten helfen, was zurückgeben. Ich möchte die Kids inspirieren. Ich möchte meine Erfahrungen, die nicht immer schön waren, im Leben teilen, weißt du. Und das macht mich glücklich, wirklich. Ich hab keine Kinder. Ich bin nicht verheiratet. Ich bin nicht die typisch 40-Jährige eben. Aber vielleicht kommt dann auch der Richtige irgendwann. Kann alles sein, aber das Leben, was ich führe, ist nicht klischeehaft, wie sich die Gesellschaft vorstellt, verheiratet, Kinder, Haus gekauft, finanziert. Ist halt bei mir einfach nicht so gekommen, ne? Wer weiß, was das Leben für dich bereithält. Wer weiß. Ja. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, jetzt warst du nackt im Playboy, jetzt kannst du nicht mehr in die Politik gehen, weil das so ein Stempel ist, den hast du mitbekommen im Laufe eines Lebens und das behindert dich bei deiner späteren Karriere. Ist das so? Völliger Blödsinn. Es gibt ja auch eh mal die Pornostars, die Politiker geworden sind. Eben. Diese Italienerin, ne? Ja, genau. Was soll's? Man soll das machen, was man machen möchte und wenn du der Meinung bist, ich habe eine Botschaft, dann mach das. Mir geht es im Leben um Werte. Also Menschen um mich herum, mit denen ich befreundet bin oder zusammen bin, wir vertreten die gleichen Werte. Respekt, Toleranz, Zusammenhalt, Brüderlichkeit, Schwesterlichkeit, Ehrlichkeit. Das ist wichtig. Ob jemand nackt oder bekleidet vor mir steht, darum geht es nicht. Also nur weil ich nackt im Playboy zu sehen bin, heißt nicht, dass ich, ich bin zum Beispiel nicht bei Tinder angemeldet oder bei anderen Portalen, weil ich da altmodisch bin. Ich lerne Leute, beziehungsweise Männer lieber physisch kennen, beim Bäcker meinetwegen oder irgendwo und wische da, das ist für mich halt, dieser Menschenkatalog ist für mich halt überhaupt nichts. Ja, also viele heiraten tatsächlich bei Tinder auch, nach Treffen über Tinder. Tatsächlich, ja. In meiner Familie sogar. Du? Ja, nicht ich in meiner Familie, aber es gibt in meiner Familie sogar positive Beispiele dafür, dass sowas funktioniert. Ist nicht verwerflich. Überhaupt nicht verwerflich. Ist einfach, ich sag mal hallo, wir haben Besuch draußen vor der Tür von jemandem. Wir müssen noch warten, bis wir fertig sind. Ist nicht verwerflich, ist aber nichts für mich. Und wie gesagt, nur weil ich nackt zu sehen bin auf dem Playboy, heißt nicht, dass es eine Einladung ist für alle Männer da draußen, so was auch immer. Quatsch. Also das ist ja Schwachsinn. Einige Männer denken das vielleicht, dass sie jetzt, wo sie dich nackt in der Zeitung gesehen haben, dich auch gleich anschreiben können und fragen, wie sieht es aus mit einem Date? Das fällt natürlich komplett aus. Die schreiben tatsächlich ja, ob sie mit mir Kaffee trinken gehen können. Also ganz süß, wirklich. Ich habe wirklich eine tolle, respektvolle Community. Ich weiß nicht, woran das liegt und ich bin mega dankbar dafür, dass ich wirklich respektvolle Menschen auch unter meinen Fans habe. Frauen, Frauen als auch Männer. Also Männer mit Stil und Klasse, egal ob sie 20, 30 oder 40 oder 70 sind, da sage ich Hut ab. Wow. Dann drücke ich dir die Daumen, dass das so bleibt und vielleicht ist unter denen ja der Richtige, der irgendwann sagt, Mensch, Natalia, lass uns doch mal gemeinsam den Weg gehen. Wir müssen ja dazu nicht verheiratet sein, wir müssen kein Reihenhaus mieten, wir müssen auch keine Kinder haben. Wir fahren auf die Rennbahn. Wir fahren auf die Rennbahn, wir fahren ein bisschen um die Wette. Wettkampf, genau. Wir bereisen so ein bisschen die Welt, wir singen zusammen ein paar Lieder, spielen zusammen ein paar Filme und spielen den Film des Lebens einfach. Ah, schön. Ich drücke dir die Daumen. Also im Augenblick ist der Beziehungsstatus noch Single. Momentan ist der Beziehungsstatus Single, super glücklicher Single, zufriedener Single. Nicht auf der Suche, sondern ich suche nicht, ich finde, sagte Picasso mal, das gefällt mir sehr gut, das Zitat. Ja, das ist, ja, ich brauche Augenhöhe, ich brauche Lebenserfahrung, ich brauche eine entspannte Person, die einfach in sich ruht und mit mir voller Freude durchs Leben geht. Ich brauche keine Eifersucht, keine Dramen, kein Lügen, Betrügen und Rumtindern. Das ist alles, interessiert mich alles nicht. Dann lieber alleine. Ich drücke dir die Daumen, dass deine Wünsche alle in Erfüllung gehen. Jetzt lass uns mal kurz noch gucken auf die letzten paar Monate. Wir sind im Oktober 2021. Was passiert noch bis Ende des Jahres? Welche Projekte liegen in der Schublade, also neben der deutschen Musik, die demnächst uns hoffentlich irgendwann zugänglich wird und erfreuen wird? Also ab Oktober drehe ich eine TV-Show, die im Januar oder Februar ausgestrahlt wird. Wenn alles gut geht, habe ich Anfang des Jahres eine andere TV-Show wieder. Also eher so der Bereich Unterhaltung, Entertainment. Dann, wie gesagt, nichts Festes, wird ausgestrahlt, wenn das Casting gut geht. Geht es gut und dann sieht man mich öfter wieder bei diversen Streaming-Diensten und es sind viele Projekte in der Pipeline, die sehr toll sind und auf die ich sehr Lust habe. Dann haben wir bald wieder Redebedarf. Ja, auf jeden Fall. Oder? Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Gut, bis dahin guckt bitte schön auf die Seite. Also es gibt Natalia Avalon bei Instagram, bei Facebook heißt die Seite, glaube ich, Natalia Avalon Official. Ich glaube Natalia Avalon. Und es gibt auch natürlich eine Internetseite, die heißt Natalia-Avalon.com. Danke für die schöne Werbung. Siehst du, es ist alles da. Und ansonsten Oktober-Ausgabe Playboy 2021. Ja. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alles Gute für dich. Vielen Dank für den schönen Gespräch. Du bist toll. Ja. Du bist auch toll. Danke. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, ihr Lieben. Und ich hier mit meinem Smiley, ich verteile positive Vibes und Sonnenschein, weil das fehlt, finde ich, immer wieder auf der Welt. Alles Gute für dich. Bis zum nächsten Mal. Danke, für dich auch. Tschüss.